Und dann begrüße ich an der Stelle auch noch ganz herzlich die Zuschauer, die von Geil-Series-Sales über den Raid hier reingekommen sind. Ich sage immer vielen Dank für den Raid und sage Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salveto Spectatorius zu einer weiteren Runde von Let's Play Rome Total War Classic, mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günter Shadow. Wir spielen die Klassik-Variante dieses wunderbaren Spiels und wir sind dabei, einen Krieg gegen die Ägypter zu eröffnen. Das dauert noch ein bisschen und ich sehe mal wieder, Leute, 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 der Flavius Maxentius, obwohl kein guter General, muss ich jetzt noch ein bisschen hier was dazu verdienen und sich mal da unten um die Hänger kümmern, die uns da ein bisschen auf den Keks gehen. Wenn man den Laptis-Mangler hat, wie viel? 4.100, dann werden wir da jetzt auch mal so langsam anfangen hier, das Städtewachstum ein bisschen zu pushen. Nehmen wir hier ruhig so viel Stoff von den Jungs. Nehmen wir mal mit und löst ihn mal hier auch. Das ist schon mal 4.600. Und danach kannst du noch mal ein paar Bauern bauen, ne? So, die brauchen wir auch noch. Dann, äh, was wollen wir hier noch? Bauern rein. Da, zack. Bauern rein, zack. So. Hier ist nämlich auch gleich unser, ähm, unser Circus Maximus fertig. In Kartago, natürlich. Wo sonst, ja? Aber, äh, das Wichtige ist, wenn wir die Marius-Reform bekommen, können wir hier direkt die beste Kavallerie im Spiel bauen, ne? Das ist, darauf kommt es eigentlich hier an. Das wollen wir gerne machen, ne? Okay. Dann. Sind das 5 Einheiten hier? Du schiebst mir bitte noch eine reguläre Kavallerie vorne dran. Es wird dann natürlich schade, weil viele tolle Einheiten, die wir bereits haben, dann nicht mehr verfügbar sein werden, aber... Flotte bereit! Herr! Okay. Nehmen den Typen mal mit. Sind bereit! Komme zur Flotte dazu! Ganz genau. Dann nimmst du jetzt mal bitte unseren Anführer mit aus Kartago. Vorwärts! Denn der muss irgendwo, ne? Anführer und Erbe jetzt zusammen auf einem Schiff. Das sollte jetzt nach Möglichkeit nicht untergehen. Bitte. Ja. Bau direkt noch ein Schiffchen dazu. Wäre das dann eigentlich GG, wenn wir dann Game Over, wenn wir die beide auf einmal jetzt auf dem Schiff verlieren? Das wäre eigentlich schon fast wieder so... So absurd, dass man es als, ähm... Dass man es hier ausprobieren muss, ne? Flotte bereit! Das sind Schiffe, die noch relativ gut intakt sind. Aye, aye, Captain! Sind bereit! Bereit zum Kampf! Sieg! Das sind Schiffe, die nicht mehr so gut intakt sind. Da sind die Arcana. Das krasse ist, die Spanier haben sich halt so an uns verheizt, ne? Jetzt wartet aber ein... Eine Sache wäre mir jetzt noch wichtig, ne? Wir müssen ihn ja trotzdem irgendwie von unserem Territorium runterschieben. Also unser Territorium verteidigen, das dürfen wir ja. Also wir sollen ja nur prioritär Krieg gegen Ägypten führen. Wir dürfen uns ja schon verteidigen auf unserem Territorium. Das sollten wir ja schon machen, ne? Aber ansonsten wäre es ein bisschen... Mein Körper ist mit Wunden übersät, die ich in ehrenhaften Kämpfen davon getragen habe. Ich bin vielen Feinden im Kampf entgegengetreten. Heute ziehe ich in den Kampf. Wer hält zu mir? Die Spanier verdienen Respekt, doch keine Furcht. Es sind nur Männer. Und Männer kann man töten. Stolzierende Narren und aufgeplusterte Trottel haben sie hierher geführt. Nun werden sie dafür bezahlen. Wir sind in der Überzahl. Doch das ist kein Grund, um nicht hart zu kämpfen. Warum sollten eure Brüder eure Last tragen? Wenn sie nicht völlig unbedacht sind, werden sie versuchen, einige Truppen dort im Wald zu verstecken. Oft bin ich dem Feind begegnet und oft habe ich ihn besiegt. Wenn wir heute siegen, wird der Sieg ebenso sehr euch wie mir gehören. Der Seher wurde befragt, doch sein Blick ist getrübt. So nehmen wir denn heute unser Schicksal selbst in die Hand. Wer den Feind als Erster erreicht, bekommt einen Schluck von meinem besten Wein. Damit kann man die Leute ködern, ne? Freigetränke. Aber das ist echt witzig. Wenn du mit dem Senat spielst, also bei mir jetzt ist es zumindest so, wir haben immer diese Nachricht oder diese Ansprache, dass die Omen nicht gut gewesen seien. Das ist echt witzig. Ne, und ich meine wirklich, du bist GG, wenn du in einer Runde deinen Erben und deinen Anführer verlierst. Ich meine, da bist du wirklich GG, auch als menschlicher Spieler. Kommt der direkt auf uns zu? Joa, komm da. Aными? Einheiten! Einheiten! Vorstoßen! Einheiten! 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 ein. Ein Eiter, ein Eiter, marschiert, schnell, schnell! Arkan! Ein Eiter, marschiert! Ein Eiter, ein Eiter! Hilf! Alter, wir schießen die so weg, ne? Recher! Ein Eiter, marschiert, schnell! Heller! Schlagruf! .. Ein Eiter, ein Eiter, mai gar schneller! Ein Eiter, ein Eiter, leckerin! gran glück! Ein Eiter, ein Einer, einmal architects. wir müssen das ding tatsächlich nur irgendwie gewinnen weil er hat ja keine truppen mehr also entschuldigen er kann sich nicht mehr zurückziehen Das war's für heute. die götter haben das herz des feindlichen gerne die ganze da dürfte doch nicht viel überlebt haben oder dann bleibt mir genau das haben wir unsere unser ziel erreicht also sollte ja nur hier keine verwüstung mehr machen das hat euch ganz gut geklappt also mir ist das auf jeden fall mir ist das auf jeden fall einmal passiert ich weiß aber nicht mehr ob es in medieval 2 oder in rome war ich bin ich weiß es wirklich nicht mehr so das ist doch eine ganz passable armee oder da fehlen mir noch ein paar kriegshunde ein paar kriegshunde rekrutieren kommen die dauern auch vier und das ist ja super dann hast du genug zu tun kannst du noch eine kriegshunde rekrutieren hier kannst du ja machen und vielleicht noch eine kaff oder so oder pass auf machen so eine kaff und zwei kriegshunde nachdem noch hier dazu bauern fortbilden klar natürlich was ist so an fernkämpfen was relativ wenig wir haben hier relativ viel schwere infanterie tatsächlich lauf doch mit dem mal zurück und dann packst du noch zwei von denen da rein und dann kannst du mal noch mal hier haben wir noch so eine einheit seltener komm nimm dir noch mit zwei steinschleuderer ein kriegshund und eine kaff genau passt perfekt und die anderen truppen gucken wir mal ja ist doch super ist doch super wie sieht es hier aus er hat hier noch eine truppe in unserer nähe die könnten wir glaube ich mal angreifen dann lässt du die bauern aber bitte zu hause wie gesagt ach guck mal der hat waldjägerbande nice also was heißt nice eigentlich ist das total kacke weil die sind viel zu gut aber äh gegen die gallia kämpft man tatsächlich gegen richtig gute einheiten männer meine brüder in der not sind wir vereint so oh gott ich erinnere mich an ein ähnliches szenario wo ich mal so eine schlacht hatte aber in einem multiplayer match ich weiß noch nicht mehr welche fraktion ich da ich weiß nicht mehr makedonen oder sowas ach ich weiß was nicht mehr naja ich weiß nicht mehr das papier dann gibt's noch mal da equity feiern einheiten einheiten einhos einhos ein harus ein die idee was wir machen können ich weiß nicht mehr welche genau das mit diesen feldern und hier diesen 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 wäldern aus habe ich auch nicht gewonnen ich glaube es war knapp und das war ein ffa nach punkten das kann auch sein das spiel auch auf das spiel das sind mal große bäume kann man so sagen nicht so vorher mal bäume oder so wobei man eigentlich nur wurzeln sind na also oder einfach nur wurzeln und so ein paar verdorrte äste viel mehr ist das ja bei woher mal nicht so elite elite ich bin der altjäger So sieht es aus, außer Atem, dann geben wir dir eine ganz kurze Verschnaufpause. Das ist tatsächlich noch so ein kleiner Nachteil hier in dem Game, dass die Einheiten wirklich so lange brauchen, um sich von der Erschöpfung zu erholen. Es sei denn, das Spiel ist halt im Arcade-Mode, dann haben die Einheiten ja unendlich viel Munition und unendlich viel Ausdauer. Das ist tatsächlich auch ganz interessant. So, der will jetzt bestimmt gleich hier mit seinen Liedbogen schützen. Echt, du kommst ja nicht ran, die sind doch gar nicht so weit weg. Auf jeden Fall wollte ich mich mit denen nicht so exzessiv anlegen, weil die tatsächlich auch ein Speer dabei waren. Die sind nämlich tatsächlich im Nahkampf auch recht brauchbar. Wenn man das jetzt so ein bisschen hier wie bei Gladiator und Reiten mit der Kraft durch den Wald, was die Römer echt selten gemacht haben. Nichts besonderer, um so krachanlössig manöver durchzuzielen. Ja, nice. Kriegssonde! Kriegssonde! Bogenschütze! Bogenschütze! So, ich versuche jetzt seine Kriegshunde mit meinen Kriegshunden zu rutschen. Reitenheit! Reitenheit! Hastate inne! Reitenheit! Louise! Got you! umm Was ist das? Was ist das? typisch hau der hat meine bringkaps in die flucht geschlagen und die kapp lobet die götter der feindliche general wurde getötet und furcht erfüllt nun die herzen unserer feinde ich habe mich schon die ganze muni verballert der feind zeigt sein wahres gesicht das sind keine soldaten sondern hasenfüße die vor unseren männern davonlaufen dies ist ein heroischer sieg der römer würdig oder sowas ja genau die armen gegner die arme ja ja verlasse die arme noch eine bringkaps bitte wir wollen gerne hier die brücke sichern na also die 5 da kannst du auflösen die brauchen wir nicht hier kannst du auch auflösen die behältst du mal ne die haben wir noch eine ordentliche bewaffnung dabei ja zwei behältst du mal da kannst du auf jeden fall noch eine einheit bringkaps rekrutieren denn irgendwie müssen wir lub dunum auch noch halten ne also das wurde ja auch gesagt ne wir müssen ja die grenzen und die heimat sichern nicht nur mit bauern ne ne also ob wir die jetzt als städte garnison wie hier also einsetzen aber wir haben ja wir haben hier auch stadt wachen und so ne wir setzen ja überall wir versuchen ja schon die heimat zu sichern ne also es ist jetzt nicht so dass wir so reine bauern armeen momentan in der garnison haben ne wie gesagt ne also reines power play machen wir auch nicht ok ähm du warst fertig ne ok hier irgendwas ne ne ja alles durch alles durch hier irgendwas hier könnte man jetzt mal überlegen ob wir wo wir können nicht weiter ob wir mit unserer söldner truppe hier ja wohl mach mal lieber noch ein bisschen mach mal lieber noch ein bisschen kammer akana gibt es nachher auch noch 23 triage haben wir hier in caps noch kommen so wir haben irgendwo hier noch ein katapult genommen und das muss irgendwie nach harika nassos das möchte ich nicht also oder ich nehme das aus harika nassos auch noch mit das weiß ich jetzt nicht genau hierhin denn hier bilden wir die schiffe fort das ist doch richtig naja ist richtig denke ich mal so servius der sieger der geht hier an bord und du schiebst dem bitte einem anderen ort den kopf zwischen die schultern wir sitzen fest general inkelkram general gut äh habe ich hier einen agenten rekrutiert nehmen mit ihr meister suche nach spielung ja bei auf dem schiff sehr wahrscheinlich keine spione sein werden spoiler alarm das kann ich jetzt schon verraten was mit dem tut flotte bereit der könnte die armee hier anführen alter krass sparta ist gleich voll ausgebaut hat aber viel zu wenig einwohner wir haben extra schon 5,5 prozent wachstum hier krass na ja gut bleiben wir auf niedrig mit dem steuersatz na wirst du eigentlich mal gefragt wie du zu siv stehst ich liebe siv aber also tatsächlich muss ich dazu sagen als es irgendwann mal anfing dass man nur noch eine einheit pro was war das so nicht so pro hexagon oder was ein pentagon oder sowas ich weiß es nicht mehr genau nur noch eine davon haben konnte der eine einer profil sozusagen da war es irgendwie für mich so ein bisschen vorbei wobei ich tatsächlich sage mich fuchsen die neuen siv teile halt auch schon so ziemlich ich gucke da ich gucke mir das auch hin und wieder mal an sogar als let's play dann typischerweise halt von writing bull den kennt er wahrscheinlich falls ihr ihn noch nicht kennt ein sehr geschätzter kollegen den ich nur empfehlen kann der der macht ganz ganz viel zu siv muss jetzt ab nach oben okay pass auf mach mal platz der land vorkommt er rekrutiert er nur eine triage zusammen genau oder warte brauche doch herr doch doch rekrutiert noch eine ja genau also dass das gucke ich dann hat man so aber ich spiele das momentan gar nicht also ich weiß gar nicht mehr warum es ist ein cool spiel ich mag es eigentlich auch ja aber irgendwie weiß ich nicht vercheckt das dann ganz oft und habe die zeit halt leider auch gar nicht mehr dass es das ist das ist auch sehr sehr blöd mir fehlt wirklich die zeit ganz massiv weiter das aufgeben wir mit dem gut immer noch den chirurg hier wollen wir uns mit dem noch nach süden der bereit setzt die segel passt guck mal fast bis auf den letzten pfennig den typen noch mal nach oben oder ja genau das ist ganz gut wir haben gute verwalter und so recht also die akademien zu bauen hat sich auch auf jeden fall ja dann brauchen wir auch gar nicht mehr großartig nach den gebäuden gucken ich meine wir haben soweit ja alles gemacht beziehungsweise wir sollten noch schauen wie sieht das denn zufriedenheitsmäßig aus 70 65 da gehen wir ruhig ein bisschen runter genau auf normal passt ja auch ja das halt der mist warum jetzt kann ich das ist halt der mist weil wir die flotte ja nicht richtig bewegen konnten flotte bereit sind bereit sind bereit bereit zum kampf sieg und ehre kapitel wir können jetzt nicht weiter so was haben wir hier diplomatische informationen germany da kennen gar ihren pontos ok rekrutieren das bricht lassen wir weg baubericht machen war gleich ereignisse einer seite trottes spiel holen das maxine ist gut da ok großstadt wächst mit zahne ok dann macht es bitte bis die zwei runden auf den tempel warten wir bauen jetzt hier auch akademien damit wir in tarent und proton und so dass wir da überall leute einsetzen können die das für uns macht direkt noch hier den belagungs ingenieur dass wir da leute einsetzen können die dann da auch gute verwaltungs trades bekommen ja mach das noch ganz vorne hin wenn wir die zwei rekrutierungsgebäude in kartago fertig haben dann reicht das auch dann brauchen wir da sonst auch nichts mehr an rekrutierungsgebäuden zeigt noch mal massilia wollen wir dann jupiter tempel priorisieren eher halt sowas wie eine armee kaserne ne weil ich meine armee kaserne hier und dann hier vielleicht mal irgendwie noch bessere reitstelle oder sowas aber dann kriegen wir halt dann kriegen wir halt noch sehr nice infanterie ja versuch's mal so ja ich glaub das geht schon ähm tinges mhm weiß ich nicht fruchtfolge ist doch gut und eine arena ist auch gut öffentliche ordnung ist dann da auf jeden fall gesichert ne rodos ist auch gut jetzt machen wir noch ein amphitheater das dauert vier runden brauchen wir in rodos einen stadthalter vielleicht ja auf der anderen seite könnte man sagen ein katapultplatz in rodos der ist auch nicht so verkehrt dann können wir von da aus einheiten verteilen ne ja mach's mal so so dann was haben wir noch athen passt neukatago passt und nabo machtius passt eigentlich auch wir gucken mal ob wir noch irgendwo übertrieben haben mit gebäuden irgendwo fünf sechs gebäude oder so ist ja nicht okay ja aber die gebäude sind nicht teuer zu lassen der hafen ist dann sehr teuer ja mach mal in croton das ding hier ein bisschen prioritär und dann lässt die straße mal noch weg dann können wir da nachher noch ein bisschen rumschieben ne lebtes magna ne macht die kavaleriestelle raus die brauchen wir eigentlich nicht hier unten ne macht den schützenplatz raus wir holen uns mal wieder ein bisschen kohle zurück straße wäre wichtig aquädukt machen wir nachher machst du erst noch das große forum fertig stopp die medien kann auch was ausbauen noch ein tempel jupiter tempel straße minen minen die minen lohnen sich auf jeden fall und die bäder werden sich wahrscheinlich auch lohnen für das bevölkerungswachstum machen wir ja auch komm ich komm ich so ganz gut mit klar finde ok dann haben wir die wichtigsten baustationen hier schon mal gemacht ich glaube wir haben uns auch alle städte nochmal angeguckt ja möchtest du den noch mitnehmen schleiche an bord halte ein auge auf die truppe antreff sieg greif den feind an sieg was machen denn die trager hier marschieren wir sitzen fest ja vorwärts sind bereit ey captain sind bereit ey ey captain so ey ey captain wir können jetzt nicht weiter ey captain ey captain ey ey captain ey ey captain kriegst du den noch da drauf ey captain ja kapitel fahr lieber so hin und wir nehmen den nachher mit ja meister geheimhaltung ist garantiert ja aber es schadet natürlich auch nicht den typen sparta zu haben weil er da halt das bevölkerungswachstum pusht mit seinem verwaltungswert ne das ist halt eigentlich besser ja meister geheimhaltung ist garantiert wir können nicht weiter selbst wenn sie nicht garantiert wäre ich brauche trotzdem spione einfach nur wegen der zusätzlichen sichtweite nicht weiter sind bereit sind bereit so der triumphzug von decumus attianus ist abgeschlossen er hat seinen triumph bekommen und darf damit die segel jetzt aufbrechen nach ägypten ja kapitän wir können jetzt nicht weiter und du kannst wieder die hauptstadt garnisonieren geh du hier hin du kannst den mitnehmen oder der asinius der ist ja auch erst 18 der hat ganz coole der hat ganz coole trades ja flotte bereit hast ja eigentlich auch ne kommst du mal hier runter wir können jetzt nicht weiter ok ich schlag vor hast hat sie und bogische gar nicht aber nimmt die hier mal mit flotte bereit captain befehle imperator befehle sind bereit ein kommende nehmen die haste die auch noch mit general general flotte bereit flotte bereit flotte bereit angriff sieg und ehre ja kapitän flotte bereit da sind sie haben wir noch irgendjemanden den wir hier abholen müssen ne ne haben wir nicht imperator so jetzt geht's los leute jetzt geht's los wir können jetzt nicht weiter ich habe halt nur nicht mehr so viel kohle 0 prozent fertig pass auf mach hier fortbildung nimm nur eine triage damit wir werden ja sperrträger brauchen und bald bekommen wir den die marios reform dann können wir keine triage mehr rekrutieren wir brauchen halt einfach so ein paar richtige tanks gegen die ägypter ne wobei die mit den streitwagen natürlich auch echt mega brutal sind ne also die sind echt fiese 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 typen vorwärts baut einen turm genau mach den mal dahin dann sehe ich dann nämlich ein bisschen mehr du kommst zurück nach corduba und wir werden die einheiten hier fortbilden äh ja was auch wollen wir noch ein türmchen hier an die grenze wenn ich mich irgendwann nicht mehr hier auf der brücke stehe dann brauchen wir dich da zu diensten cool jetzt sehen wir das komplette spanische gebiet und dass sie nix mehr haben krass haben wir die richtig runter gewirtschaftet das ist auf jeden fall nice die truppen sind fertig fortgebildet dann können wir jetzt nach norden ziehen eine schöne armee eigentlich ne schöne größe passt eigentlich so gut ne rückenverteidigung können wir da gut machen passt ne so du bist auf weg zurück dann haben wir hier auch eine passable verteidigungsarmee wie ich finde ja da könnte man dann also durchaus auch sagen ja ja stell dich mal hier wir sitzen fest so ne schon mal ich denke die germanen kommen da jetzt nicht unbedingt zu diensten aber sie werden irgendwann kommen und äh das ist ja auch wieder so das ding ne wir geben den germanen mehr zeit damit die auch mit ein paar ordentlichen einheiten kommen ne also das muss ja auch sein der joke bei der ganzen sache ist allerdings immer die germanen haben ja so ne ähm die germanen haben ja tatsächlich so ein superschlechtes bevölkerungswachstum weil die halt die städte nicht so weit ausbauen können in der regel oder keine hygienesanitäranlagen und so bauen können nicht so wie wir tollen römer und das führt dann zu der äh bizarren situation dass wenn du dann als römer dahin kommst die germanen häufiger mal größere städte haben als du als römer ne also äh weil die ki kriegt halt so krasse boni da drauf und kann dich dann sogar noch überholen beim wachstum ne das ist schon echt echt heftig ich hoffe nicht zeit greift uns nochmal an guck mal der hatte irgendwo noch eine full stack krass guck mal der kommt nochmal mit allem an das ist alles was sie noch haben ok ähm sehen wir gleich sehen wir gleich 3 4 5 Vielen Dank.